Lightroom ist mit einem neuen Update draußen, was mich persönlich sehr, sehr freut, denn es gibt ab sofort KI-gesteuerte Rauschreduzierung und die funktioniert richtig gut. Das muss man wirklich mal so sagen. Ich habe jetzt hier mal ein Bild rausgesucht, was mit ISO 6400 fotografiert wurde aus dem Helikopter heraus. Man sieht es auch, Blende 2.8, 320 Sekunde, weil wir sehr viel Bewegung hier natürlich drin hatten durch den Helikopter und das Bild ist jetzt schon relativ dunkel trotzdem aufgenommen. Je nachdem, mit welcher Qualität du dir das Video jetzt anschaust bei YouTube, ich würde es dir raten, stell es mal wirklich auf 4K, dann sieht man das vielleicht noch am besten. Ich würde jetzt auch erstmal in den Grundeinstellungen das ganze Bild noch so ein kleines bisschen auffällen und gerade auch die Tiefen noch ein bisschen auffällen hier, damit wir ein bisschen mehr Details reinbekommen. Und natürlich, jetzt bekommen wir auch mehr Rauschen hier rein. Also jetzt sieht man das schon relativ deutlich. Und was wir jetzt machen können mit dieser neuen KI-gesteuerten Rauschreduzierung, ich gehe jetzt hier einmal in die Palette Details rein, dort findet man das Ganze nämlich. FUYA konnte man jetzt hier nochmal schärfen und darunter die manuelle Rauschreduzierung, die heißt jetzt hier manuelle Rauschreduzierung, kann man extra aufmachen. Das ist so das, was man von FUYA kennt und hier oben drüber gibt es jetzt die KI-gesteuerte Rauschreduzierung. Und da steht auch drunter, reduziere Rauschen durch KI, das Ergebnis wird als neue DNG-Datei gespeichert. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann wird das einmal hier geladen und man kennt dieses Verbessern-Tool aus Lightroom schon. Denn mit dem Verbessern-Tool konnte man auch schon mehr Details aus so einer RAW-Datei herausholen, beziehungsweise auch Superauflösung. Diese beiden Tools haben wir auch hier unten drunter. Das kann man immer nicht beides gleichzeitig oder alle drei gleichzeitig kann man nicht machen. Ich kann nicht Superauflösung und ein Rauschen gleichzeitig machen. Ich kann aber nur ein Trauschen und da ist zeitgleich dann auch immer RAW-Details noch so ein bisschen angeklickt dabei. So, ich kann jetzt hier mal reinklicken, wenn ich jetzt die Maustaste gedrückt halte, dann ist es immer das Vorher und dann wird es einmal schnell neu berechnet und dann sieht man, wie es danach aussieht. Und je nachdem, wie gesagt, macht die Qualität mal auf wirklich das Höchste bei YouTube, was geht. Und es ist unfassbar krass, wie viel Rauschreduzierung das bringt und auch wie viele Details dabei erhalten bleiben. Also das sieht wirklich richtig gut aus. Man kann jetzt hier noch einen Regler, die Stärke so ein bisschen hin und her schieben. Ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen ausprobiert. Ich würde das meistens bei 50 stehen lassen. Man kann auch mal probieren, noch ein bisschen höher zu gehen, würde ich aber den meisten Fällen gar nicht machen. Ich glaube, der Wert 50 steht nicht umsonst so als Default-Wert drin. Deswegen, ich lasse das jetzt hier auch mal bei 50 und würde jetzt einfach mal sagen, das Ganze kann man hier verbessern. Ich muss dazu sagen, mein Rechner ist relativ alt inzwischen, den muss ich mal erneuern und gleichzeitig laufen auch im Hintergrund noch relativ viele Sachen. Geschätzte Dauer jetzt hier 7 Minuten. Ich glaube, wenn man das jetzt mit einem M1 oder M2 Prozessor macht, mit einem Apple, dann dauert es nur ein paar Sekunden. Bei mir dauert das jetzt hier ein bisschen länger. Deswegen werde ich das Video jetzt hier mal kurz pausieren, auf Verbessern klicken und mich dann gleich wieder melden, wenn das Ganze dann eine neue Datei ist. Da sieht man hier oben auch, dass das Ganze neu erstellt wird. So, jetzt ist das Ganze fertig und das ist hier einmal in dem Stapel drin. Klicke ich hier einmal auf und dann haben wir jetzt hier einmal, sieht man auch hier schön an dem Dateinamen, verbessert rr, also für Rauschreduzierung.dng. Und das andere, das ist hier die Original-NEF-Datei, also mit meiner Nikon fotografiert. Und ich werde jetzt diese beiden einfach mal hier auswählen und dann mal einen Vergleich machen. Also, die packe ich jetzt wirklich mal hier nebeneinander und jetzt zoome ich mal hier in beide Bilder rein. Du siehst jetzt hier auf der linken Seite, das ist das Original, da ist keine Rauschreduzierung drin. Und hier auf der rechten Seite sieht man jetzt die Rauschreduzierung KI-gesteuert von Lightroom. Und Leute, ganz ehrlich, also guckt euch das bitte wirklich auf größter Qualität bei YouTube an. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin megamäßig beeindruckt, wie das Ganze aussieht. Ich habe keinen Qualitätsverlust. Also, das ist halt wirklich, das sieht wirklich richtig gut aus. Ich habe keinen Schärfeverlust und nichts. Das sieht wirklich richtig gut aus. In den dunklen Bildbereichen hier ist wirklich richtig viel von der Rauschreduzierung angewandt worden. Die sind auch ein bisschen dunkler gemacht worden, die Bereiche. Das sieht man auch sehr gut. Hier auf der linken Seite sind die Schatten also deutlich heller als hier auf der rechten Seite. Also ist alles ein bisschen abgedunkelt worden. Ich kann mir vorstellen, dass dahinter auch so ein bisschen das funktioniert, wie ich das damals so auf manuellem Umweg gemacht habe. Mit so einer Luminanzmaske, dass quasi in den dunklen Bildbereichen deutlich mehr Rauschreduzierung stattfindet als in den hellen Bildbereichen. Weil halt in den dunklen Bildbereichen das Rauschen stattfindet. Wenn man sich jetzt hier mal die Fenster anguckt, die jetzt hier ein bisschen heller sind, da ist ja kaum Unterschied da. Aber hier in den dunklen Bildbereichen, da ist vor allem das Rauschen vorhanden und da wurde es halt weggemacht. Und das kann man halt sehr schön mit so einen Luminanzmasken machen, indem man halt die Rauschreduzierung wirklich nur in den dunklen Bildbereichen anwendet und gleichzeitig die dunklen Bildbereiche auch noch ein bisschen abdunkelt wieder. Und dadurch kann man natürlich viel Rauschen entfernen. Und ich gehe mal davon aus, dass das zumindest auf einer ähnlichen Art und Weise dann hier auch angewandt wird. Und das finde ich halt ultra stark. Also das sieht halt wirklich gut aus. Und das kann man jetzt hier mit einem Klick auf diesen Button machen. Wir können ja jetzt hier mal probieren. Ich würde jetzt hier mal einfach auf das Originalbild nochmal gehen. Und ich werde jetzt hier einfach mal probieren, mit einer manuellen Rauschreduzierung das Ganze zu machen. Die stelle ich jetzt hier auch mal so auf 50 und dann gucken wir einfach mal, was da bei rumkommt. Und dann vergleichen wir die Bilder nochmal miteinander. Und dann würde ich auch tatsächlich hier nochmal in die Grundeinstellungen reingehen und die Tiefen nicht ganz so weit auffällen. Machen wir die so ein kleines bisschen weiter runter. Okay, so in der Art ungefähr, ist jetzt schnell, schnell gemacht, aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Und jetzt packen wir die gleich nochmal nebeneinander hier. Das ist jetzt hier auf der linken Seite wieder das ganz Originale. Und das ist jetzt hier die manuelle Rauschreduzierung. Und jetzt vergleichen wir das Ganze nochmal mit der KI-gesteuerten Rauschreduzierung. Und ich finde, da ist schon ein deutlicher Unterschied zu sehen. Also das ist deutlich schärfer hier als mit der manuellen Rauschreduzierung. Ich gehe nochmal zurück. Das ist jetzt die manuelle Rauschreduzierung. Und da muss man wirklich sagen, das Ganze sieht schon wesentlich matschiger aus von den Details und so weiter. Wenn man auch hier hinten in die Häuser guckt, in die Lichter und so weiter. Und wenn ich mir jetzt hier das KI-gesteuerte in der Rauschreduzierung anschaue, da ist das halt wirklich scharf. Und damit kann man gut weiterarbeiten. Und deswegen kann man jetzt hier mal gucken. Das ist jetzt hier also das Bild, so wie ich es gerne hätte. Können wir hier noch ein bisschen Kontrast reingeben. Vielleicht das Ganze noch ein bisschen aufhellen. Lichter packen wir ein kleines bisschen runter. Und dann hellen wir das hier wirklich mal um zwei Blendenstufen auf. Und es sieht einfach gut aus. Es sieht einfach wirklich gut aus. Also mit ISO 6400. Das muss man sich vorstellen. Ich kann so viele Bilder jetzt nochmal im Nachgang bearbeiten, wo ich gesagt habe, das ist von der Rauschreduzierung halt einfach nicht gut. Und ich empfehle euch das auch. Guckt euch alte Bilder an, wo eure Kamera viel gerauscht hat. Und jagt es einfach einmal hier durch das Teil durch. Das ist unfassbar gut. Ich werde damit jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge herum experimentieren. Übrigens, man kann auch mehrere Bilder gleichzeitig entrauschen lassen. Man muss hier unten einfach mehrere Bilder anwählen. Kann ich jetzt hier mal drei Stück anwählen. Und könnt ihr jetzt hier einfach einen Rechtsklick drauf machen. Einmal auf Verbessern hier entweder gehen. Dann hat man hier auch das Entrauschen. Oder du gehst halt hier nach unten in den Paletten in die Details rein und sagst dann hier Entrauschen. Und dann kannst du das auch mit drei Bildern gleichzeitig machen. Man muss natürlich daran denken, die Einstellungen, die man da trifft, die gelten dann natürlich für alle drei Bilder. Aber wie gesagt, ich würde das halt einfach standardmäßig auf 50 lassen. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Also, soviel zum neuen Update. Zumindest was die Rauschreduzierung angeht. Ich bin super begeistert davon. Wenn du mehr Lightroom lernen willst, dann schau auf meiner Webseite vorbei. Denn dort gibt es insgesamt drei Lightroom-Kurse für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Würde mich freuen. Und ansonsten vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao.